Sie steuern und vergeben Aufträge an Mitarbeiter und externe Dienstleister? Sie sind in der Beweispflicht, dass bestimmte Aufgaben ordnungsgemäß durchgeführt wurden? Dann haben wir hier ein spannendes Werkzeug für Sie. Unser Job Management System, JMS. Was es kann? Das JMS ist eine webbasierte Software, die es Ihnen ermöglicht, Aufgaben zu definieren, diese spezifischen Objekten und Orten zuzuweisen und zu protokollieren, dass diese komplett und ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Und so funktioniert es. Sie legen in der Software die Aufgaben an, die durchgeführt werden sollen. Beispielsweise die Kontrolle eines Baums im Stadtgebiet. Nun definieren Sie die einzelnen Arbeitsschritte, die vor Ort zu erledigen sind, und teilen diese einem Mitarbeiter oder Dienstleister zu. Dieser meldet sich dann über ein mobiles Eindgerät ein und erhält seine Aufgaben. Angekommen am Zielort, scannt der Mitarbeiter nun den dort angebrachten Code und erhält automatisch die zu erledigenden Arbeitsschritte, die er Schritt für Schritt abarbeitet und bestätigt. Hat der Mitarbeiter alle Arbeitsschritte erledigt, werden automatisch die Uhrzeit, die Koordinaten und die Arbeitsdauer erfasst. Optional kann der Mitarbeiter aufgefordert werden, vor Beginn und nach Fertigstellung ein Beweisfoto hochzuladen. Das JMS dokumentiert die Daten des Auftrags automatisch und der Mitarbeiter kann sich an den nächsten Auftrag machen. Sollten Sie mehr über das Job Management System wissen wollen, kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich beraten. Das Job Management System – ein Produkt von 3i.am Das Job Management System – ein Beweisfoto hochzuladen. Das Job Management System – ein Beweisfoto hochzuladen. Das Job Management System – ein Beweisfoto hochzuladen.